Ich sehe dich! Hä? Ok, es lockt. Also es ist zu. Gut. Hm. War hier nicht irgendwas? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh! Ich kann da rein? Was? Ah, die Karte. Das wars. Ok. Zurück. Zurück. Wo gehts da hin? Dahinten war da auch was, oder? Ach, das war der Park. Ja, die will ich nicht hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Gehen nach Rich Hanson Square über Sachsen Avenue. Ok, jetzt gehen wir da nochmal zurück. Waspett Gardens. Warte mal. Ne. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Ah doch, da habe ich die, diese Bettenfuzzis da abgeschossen, genau. Muss ich hier lang, oder? Hä? Freilich. Bist du richtig? Ich hoffe. Ach, da ist ein Ding. Warte mal. Äh, Sachsen Avenue, bin ich hier überhaupt. Hanson Square, ne, hat es geheißen. Da ist Hanson Square. Genau. Und ich bin hier. Okay. Wo ist auf die Sachsen Avenue? Da! Da hinten! Ach, komm! Muss doch jetzt gehen wir! Hä? Nix, okay. Äh, was hab ich denn? Eine Schaufel. Aha. Schaufel. Das ist hier zu verdächtig aus dem Mund. Das ist für ein Fleck hier. Kann man das schaufeln? Warte mal. Ah! Wo ist das wo das? Da ist ein Schlüssel. Oh, leckst die nieder. Da ist ein Schlüssel? Was denn? Wo denn? Moment. Ähm. Ne. Das da. Ne. Huh? Ja, dann das. Ich hab nen Schlüssel. Aha. Hä? Hä? Wo denn? Ah, hier hinten. Okay. Ne. Bravo. Okay. Also, dort hab ich schon mal nen Schlüssel. Das ist schon mal gut. Okay. Gibt's da noch mehr so Flecke hier? Was denn jetzt wieder? Die regen mir auf. Da vorne. Mann ey. Okay. Geht doch. So, einfach geht's. Okay. Hier ist nur eins. Schauf mal da bissl da. Oh, gut. Das ist gut. Zack. So. Endlich mal wieder Munition. Boah, ich seh nix. Warte mal, warte mal. Duel beat mit dem. Ah! Ich wollt' auch ne. Hier hat genau das. Wahnsinn. Ich wollt' nicht schießen. Oh! Oh! Für das Rifle. Ah ja, okay. Lassen wir das mal. Gut. Ist hier noch was? Was sind das für Geräusche? Ist das hier was? Ne, ne? Ne. Das ist nix. Okay. Ah, hier ist was. Okay. Haben wir das auch. Haben wir noch irgendwo was? Wir müssen jetzt systematisch rangehen hier. Ich hab' ein bisschen Angst. Warum kriegen wir jetzt hier so viel Munition? Kommt doch gleich was, oder? Bitte. Verschont mich. Ist hier irgendwo was? Ist aber gut, dass man die ein bisschen an so Texturen erkennen kann. Also hier ist nix. Da ist auch nix. Okay. Hier vielleicht? Was für Geräusche hier? Tja. Ist das der Wind? Ich weiß es nicht. Komischer Wind. Hm. Hm. Ja, das war's dann, ne? Mit dem... Budeln. Was war's denn mit dem Budeln? Was haben wir hier? Ach, das sind die Xe, wo die ganzen Dinger sind, ne? Genau. Also hier sind wir. Da oben. Hm. So viel noch? Ist hier aber nix mehr. Ne, da ist nix mehr. Hm. Okay, auf jeden Fall nehm ich jetzt mal nen Schlüssel. Ich schmeiß den jetzt mal da hinten hin. Äh, ne da draußen. Hier hin? Hä? Ne. Wann das? Tch. Dorthin. Genau. Hier vorm Eingang. Längen wir mal das Messer ab. Droppen das. Nehmen den Schlüssel. So, für was ist der Schlüssel jetzt? Oh Gott. Apartment Key. Apartment. Hm. Jetzt schauen wir mal ob wir hier irgendwo weiter können. Ob's auch ne Tür gibt. Da ist hier ja was. Äh, die geht schon mal nicht auf. Auf jeden Fall immer ein bisschen gucken. Nicht dass ich hier was übersehen hab. Wegen, ihr wisst schon. Buddeln. Buddeln, Buddeln. Also hier ist nix. Sieht man schon. Oh, da ist die Tür. Na. Dann halt nett. Tch. Hier ist sonst nix mehr, ne? Ne. Nix. 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 Da ist gar nichts. Okay. Dann, ähm, gehen wir zurück. Ganz zurück. The door is locked. Huch. Warte mal. Ah. Da geht's rein. Ich will nicht rein. Ich würde gern speichern. Wo bin ich jetzt? Kann man hier irgendwo speichern oder so? Oh nee. Oh nee. Ich will nicht da hoch. Oh nee. Ich will nicht da hoch. irgendwas. Hä? Ah, speichern. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Das passt schon mal. Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Was gibt's hier? Oh, was gibt's hier? Ach du Gott. Was hab ich jetzt da gerade eingesammelt? Was denn das für... Was war das? Okay. Ach du Heidegger. Oh je. Oh je. Ah, das haben wir gleich. Warte mal. Ah, das haben wir gleich. Warte mal. Das war einer. Jaja. Oh, was willst denn du? So ist recht. So. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee, haben wir nicht. Okay. Ja, wo jetzt lang? Oh. Oh. Hä? Ist das irgendwo ne Leiter? Nee, wenn dann hier, ne? Oh Gott. Da. Wow, was? Ach du wieder. Ach, du nervst mich. Hau ab. So. Tch. Okay, und jetzt? Wohin? Wie jetzt zurück oder was? Nein! Ach, warte mal. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier von Choir 4. Tschüss! Tschüss! Tschüss!